Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu Resident Evil Operation Raccoon City. So, wir sind in die Umbrella Facility eingebrochen und müssen den Nemesis wieder unter Kontrolle bringen. Also diesen T-103, was weiß ich, schießt mich tot und das kann man nur mit so einem bestimmten Parasiten, den wir extrahieren müssen, aus diesem kleinen Koloss hier. Und, ähm, yo, damit wir den anderen wieder steuern können, der außer Kontrolle geraten ist, nämlich unseren Nemesis und du. So, okay, na, wir machen, oh scheiße, ja. Ja, Knopper wechselt, okay, naja, okay, die Granate rein, ich komme hier nicht raus. Okay, das war wohl der letzte? Hm, verdammt. Oh, da ist Munition, das ist, hallo, ja, Munition auffüllen, sehr schön. Okay. Okay, wir müssen da rein. Oh, das ist eine Riesenspritze. Eine kleine Spritze, eine kleine. So, dann gehen wir mal schnurstracks hier rüber. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ah, fuck. Ah, ich will so ein Erste-Hilfe-Spray wieder haben. Okay, wir haben den Parasiten extrahiert. Wow, okay. Ah, okay, das sind diese Parasiten. Okay, wenn man den Parasiten tötet, dann tötet man auch gleichzeitig das andere Vieh. Das sehe ich gerade. Ja, sterben beide. Okay. Wieder Parasiten oder Wirt. So, ähm, MMM, ja. Hier geht's lang. Okay. Alter, what the fuck. Ich renne einfach. Ich habe keine Lust gerade gegen den zu fighten, weil ich denke, wir kriegen eher auf die Nase. Okay, wo haben sie denn die Karten versteckt? Was ist denn da los? Also, wenn sie im Notfall echt so die Karten dann hin und her holen müssen. Aber was haben wir da denn? Okay. Ah, okay. Munition und die Karte. Oh, fein. You're hungry eyes. Yeah, yeah, you're hungry eyes. Wow. Ja, mich jagen deine Blüge. Okay, du richtig. Wow. Oh, schnell da rein. Okay, ich habe die nächste Karte gefunden. Oh, okay, wir müssen da runter. Jetzt aber schnell, 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 schnell. Ich habe irgendwie Angst, dass es mir gleich auf die Fresse gibt, der Typ. Ah, okay, die kleinen Parasiten. Die stören mich nicht. Hä? Bin jetzt irgendwie in eine Sackgasse gelaufen? Ah, das sieht so aus. Äh, okay, da war auch eine Kamera drin. Au. Aber ist das ein Nerven. Okay, das ist ein Asteroidspray, das ist schön. Na, ich mache mir den Rambo-Mode an. Und ein Kraut. Ah, anhänglich. Okay. Wow, what the fuck. Okay, ich habe gerade eine coole Trophäe gekriegt. Anhänglich heißt sie. Hier müssen... Oha, shit. Hoch, da hoch, da hoch. Schnell, 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 schnell. Ja, alle Anwesenden. Jo, sind ja eh keine mehr da, außer mir und... Äh, 4Eyes. Ich weiß nicht. Ne, ich glaube mal, mit den 15-20 Minuten Parts werdet ihr zufrieden sein. Dann wird es auch nicht so lang. Und, ähm... Ja. Ich habe es halt ein bisschen vergeigt. Ich weiß, ich wollte eigentlich immer Missionsweise machen, aber manchmal ist es einfach zu lang geworden. Ich unterschätze manchmal einfach die Länge der Mission. Ich glaube, ich schlag gerade ins Leere. Hm. Soll es geben. Oh, shit. Zurück. Na, und da ist die Perspektive besser. Okay. Ich muss da lang. Äh. Boah, das ist Munition. Okay. Rambo Mode on. Oh, ja. Natürlich. Ich muss... Äh. Lass mich bloß in Ruhe, ey. So. Du kriegst den hier, weil du mir auf den Sack gehst. Und boing. Das kann ich nicht. Boing. Bam. Zack. Ich glaube, ihr hört mich gerade echt wild da rumklimpern. Klack. Und du kriegst gerade den Nächsten. Und zack. Boah, diese Move-Sane einfach. Also da hat sich Slonsix echt Mühe gegeben. Also dafür muss ich euch loben, Jungs. Ich mag sowas. Vor allem, ähm, ich find's auch gut. Das Spiel. Es macht sehr viel Spaß im Multiplayer-Modus. Dafür sind sie ja bekannt, dass sie gute Multiplayer-Spiele herstellen. Und, ja. Ich dachte, so sollte man sie loben. Und das macht viel mit. Nein, nein. Äh. Lass mich in Ruhe. Na, komm, Fall-Eist. Buh. Verreckt. 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 Boah. Boah. Oh, okay. Das ist nicht gut. Hm. Berger, Berger, Berger. Oh. Ah, naja. Ich lauf mal lieber weit, ne? Oh, das Spray hebe ich mal drauf. So, und jetzt belebe ich mal die zwei anderen schnell. Oh, hoch, Luxemburg. Echt? Hallo? Kamera noch mitnehmen. Okay, ich geh lieber. Ich geh lieber da rein. Ich glaub, das hat grad keinen Sinn, so viele Zombies wieder sind. Ähm, gibt's da noch was? Ja, da noch ein Datensatz. Irgendwohin die Kamera. Nö. Okay. Okay. Okay, da noch mal ein Datensatz. Gibt's hier irgendwie eine Positions? Schuppen. Immer wieder mal klar. Ah, wir da an der Kamera. Ah, na komm. So, und dann Tügel-Spray. Okay, wir haben noch eins. Okay, ich hör nur irgendwas brüllen. Das gefällt mir mal gar nicht. Wo, 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 wo oder so dann gehen wir mal in den fahrstuhl gott oh gott oh gott am wenigsten leben wieder alle ich will wieder erste hilfe spray das gefällt mir nicht und munition der jetzt gar nicht mal so schlecht okay jetzt verstehe ich wie sie 180 180 grad drehungen wettgemacht haben einfach hier mit der r2 taste wo du dann wie soll ich sagen ja einfach in alle richtungen dann gucken kannst deine 360 grad perspektive dann da wieder eine kamera oh es fehlen nur noch zehn okay nur noch neun okay was ist jetzt los okay mimesis da ist nemesis okay und er heizt den spec ops ordentlich ein gattling gun for the win bitch oh und erste hilfe spray das ist nice und munition das ist natürlich oh mein gott bin ich blöd oh okay okay bämm boah So, bam. Okay, wir werden einfach hier mal hier ein bisschen auf Distanz knocken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, danke, Bertha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du musst doch nicht mich abschießen, Nemesis, sondern echt dich. Okay, das könnte wieder ein etwas längerer Part werden. Ich hoffe, den kriegen wir hin noch in dem Part, Nemesis. Das wäre dann ein konsiliöser Abschluss für diesen Part. Ah, da kommt er. So. Bam und boink. Oh fuck. Du sollst deine Aggression an jemand anderen herausfassen, wenn du bist. Boah, den habe ich jetzt gerade verdreht. Okay. Boah, diese Rauchwolke gesehen, die aus seinem Mund kam. Du hast übelst Mundgeruch in Nemesis. Bam. Okay, da kommen wir zu Backups. Aber Nemesis nimmt sie sich gerade. Hallo? Oh, ich dachte schon, mein Spiel hat sich aufgeahnt. Beziehungsweise man ist crazy. Was ja jetzt mal gar nicht cool gekommen. Aber zum Glück war das einfach nur noch die Ladesequenz von der Cutscene. Take me down. Wow. Ich nehme das Backup rein. Okay, dann haben wir. Oh, wer ist denn noch drauf? Oh, 4 Eyes. Okay, die belebe ich mal. Okay. Boah, das ist nice. Das ist... Oh, ey. Oh, ich habe keine Mühe mehr. Oh, was fällt denn das jetzt auf? Aus dem Weg, aus dem Weg. Schnell mal wieder rüber. Munition sammeln. Boah, das ist uncool, dass ich hier spawn. Boah. Boah. Oh. Oh, lass mich in Ruhe. Oh. Wicke, 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 wicke. Shk, sch, 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 sch. Oh. Fuck. Keine Ahnung. Okay, wir machen es gerade auf eine schimmelige Weise. Das ist nicht dein Ernst. Schon blöd, wenn wir hier nicht durchschießen können. Herr Nemesis? Okay, wir haben gerade eine richtig leichte Taktik herausgefunden. Okay, ich brauche Munition. Und diese Antivirus brennen wir auch einmal mit. Das ist natürlich nicht so, wie es sein sollte. Okay, okay. Ah, die da oben kannst du abschießen. Das ist mir wurscht. Okay, okay. Jetzt habe ich gewidert. Na, ich gehe wieder auf die Schuhe. Okay. Ah, er ist down, er ist down. Okay. Wir haben es doch noch geschafft, ihn... Äh, okay, was war das denn? Da liegt er. Da liegt er. Am Boden zerstört und eingeschnappt. Good morning. Watch the sun come up. So, ein Schluck. Energie-Saftchen getrunken. Ja, und Nemesis macht sich auf den Weg, hä? So. Oh, wir haben die Mission auch schon fertig. Oh, und sogar mit einem A-Rang. Gegenstände gesammelt. 11 von 20. Okay. Äh, ja, passt. Okay, wir haben es sogar innerhalb von einer halben Stunde geschafft. Nicht schlecht. So, und damit beende ich den Part und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Resident Evil Operation Raccoon City. Bis dann, ich bin TK und verabschiede mich hiermit. Tschüss. 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 Bild hone ist ja, wir sehen uns 같이. Oh, wie Sie es sind. Tschüss. Ich bin TK. Schleiffl Lanka. Vielen Dank.